Nova Vital, neuartige Vitalität. Das versprechen wir Kunden, Patienten, Sportlern jetzt auch hier im neuen Standort in Neukirchen-Seelscheid. Nova Vital ist eine Familie, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eben Patienten professionell zu betreuen. Dies erreichen wir, indem wir Menschen therapieren, bis sie schmerzfrei sind, um darauf im schmerzfreien Zustand Muskelaufbau an unseren Geräten, in unserem Gesundheitszentrum zu betreiben. Das Besondere und Einzigartige an unserem Konzept ist, dass wir in der Lage sind, neben klassischen Schmerzpatienten auch ambitionierte Sportler gleichermaßen zu betreuen. Der Mensch steht natürlich als zentrales Element bei uns, immer im Mittelpunkt der Behandlung. Der allerwichtigste Punkt ist das Segment Bewegung des Patienten. Weitere Punkte wie, was ist mit dem Stress, was ist mit dem Ernährungsmanagement. Wir versuchen verschiedene Kontextfaktoren zu beleuchten, um dem Patienten dann im Nachhinein einfach zu zeigen, es geht mir wirklich, wenn ich mich an die Dinge halte, nachhaltig besser. Ich gewinne neue Lebensqualität, kann wieder zurück zu alten Sachen, die ich vielleicht aufgrund von verschiedenen Schmerzen nicht mehr machen konnte. Und das ist genau das Kernelement, was die Therapie bei NovaVital ausmacht. Musik 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 Musik